Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magisokobull. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, warum zeige ich zur Zeit jetzt mehr Folgen? Da ich gerade mal hier nicht nur einen auf die Fresse kriege. Und dann kann man auch mal wieder so ein paar Folgen aufnehmen. Mal schauen, wie lange es anhält. Aber ich unterstütze sonst das Spiel nicht mehr irgendwie mit Premium oder was anderes. Das klemme ich mir. Alle fahren sie zur 8er, 9er Linie. Das werde ich jetzt auch tun, bevor ich dann hier gleich alleine stehe. Nämlich darauf habe ich mir auch keinen Bock. Ja, wir stehen jetzt kurz vorm Wochenende. Wir haben jetzt hier sogar einigermaßen schickes Winter. Die Sonne kommt raus. Und heute werde ich erstmal ein bisschen sündigen. Gleich erstmal zum Sport noch. Damit ich dann auch sündigen kann. Und dann werde ich mir erstmal schön lecker beim Riechen essen. Mit allem, was dazu gehört. Hauptsache man stinkt dann richtig schön. So, gerade ist mal noch nicht viel los. Gut, dass ich nach links gefahren bin. Guck mich dran. Der hätte mich nicht sonst geärgert. So, schießen wir mal da hinten auf die Fuso. Gucken wir mal, vielleicht treffen wir sie ja. Jetzt habe ich einfach mal so geschätzt. Fliegen tun sie noch. Gar nicht mal so schlicht gezählt. Aber schießen wir nochmal drauf. Irgendwann wird man treffen. Jetzt hätte es etwas kürzer sein müssen. Versuchen wir es noch einmal. Zack, Breitseiter. Genau dann, wenn ich schießen will, ist er weg. Warten wir eben mal. Da ist noch ein Scharnhorst. Da ist die Bayern. Dann schießen wir mal auf die Bayern. Fingen wir nochmal eine Runde mit. Ach Gott, jetzt ist sie angehalten. Ja, die pushen hier nicht, obwohl sie mit allem anderen stehen. Ich denke, wenn das so weitergeht, ist das auch wiederum eine Niederlage. Treffen ist gerade irgendwie noch relativ schwierig. Trefft nämlich nichts. Eintreffer. Ja. Alles steht hier. Da haben wir noch eine Fujin. Die fährt weg. Wäre jetzt interessant, wenn sie jetzt komplett nach rechts dreht. Weil so fährt sie jetzt gleich gegen die Insel. Okay, schießen wir auf die Bayern. Ne, schießen wir auf die Fujin. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da den Kreuzer raus. Einmal Zitadelle. Das ist aber ganz schön gestreut. Ja, ich weiß nicht, was die da machen. Da sind so viele Schiffe. Das wird wohl nichts werden, ja. Wir werden wenigstens versuchen, hier irgendwie noch ein Kreuzer rauszunehmen. Zu kurz. Ja, das ist glaube ich ein Team, womit man leider nichts anfangen kann. Ich habe es vorhin noch gesagt und jetzt haben wir ein Team da, wo man wieder weinen könnte. Vor allem, warum schießt die hier auch von da hinten auf mich? Oh, jetzt hat sie gerade einfach in Atlanta gekriegt. So, dann schieße ich auch mal. Schauen wir mal. Ja, es könnte etwas werden. Ah, wieder ein Abpraller. Obwohl, es war wieder ein Hit und es hat keinen Schaden gemacht. Oh, da ist die Schamhaus raus. So, direkt heilen. Ach, ich fahre jetzt rein. Bringt da nichts. Die campen sich da einen ab. Ich verstehe es nicht. Warum die das tun. Das erschließt sich mir gerade nicht. Warum die das tun. Verheben halt rein. Verlieren wir halt das Ding. Vier Hits. Naja, was soll's. Ich reg mich jetzt nicht darüber auf. So, da sind wir schon mal hier drin. Da freuen uns die Dinge, die nicht passieren werden. Da haben wir eine Momansk. Die dreht jetzt weg. Die drehen jetzt alle weg. Schön. Macht's mir jetzt gerade nicht einfacher. Dann schießen wir noch da drauf. Dann mache ich vier Durchschläge. Ja, das war's. Da sieht man auch wieder, wie dumm Menschen sind. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.